Dieser Podcast wird präsentiert von Genius Alliance. Es ist wieder Zeit für eine neue Folge hier im Genius Alliance Podcast. Mein Name ist Norman Müller und bei mir heute zu Gast ist Sven Krüger, ein versierter Marketing- und Digitalisierungsexperte und aktueller Chief Marketing Officer bei Adesso, einem der führenden IT-Berater und Softwareentwickler Europas. Vom Agenturgründer und Führungskraft bei T-Systems bis hin zum Startup-Gründer Sven bringt eine beeindruckende Expertise in internationalem Markenmanagement und digitaler Transformation mit sich. Zudem ist er als zertifizierter und systemischer Coach gefragter Keynote-Speaker. Lieber Sven, das war jetzt nur ein kleines Intro und ich habe eine ganze Menge vergessen. Ich weiß, vielleicht kannst du dich selbst nochmal kurz vorstellen. Wer bist du so als Privatperson und was genau beschäftigt dich beruflich? Du hörst den Genius Alliance Podcast. Du bist Unternehmer und möchtest die nächste Evolutionsstufe der Digitalisierung erreichen? Dann starte jetzt und gewinne neue Kunden im Online-Dschungel. Mit starken Interviews, wertvollen Erfolgsstrategien und hochspezialisierten Digitalexperten. Der Genius Alliance Podcast. Von und mit Founder und CEO Norman Müller. Ja, ich, genau, ich bin in, also alles, was du gerade beschrieben hast, das ist erstmal wahr und tatsächlich neben meinem Job als CMO bei Adesso, wo es eben vor allen Dingen darum geht, das Adesso-Marketing auf das Level des Unternehmens zu bringen. Wir sind jetzt demnächst 10.000 Menschen bei Adesso, also das ist gar nicht mehr so ein kleiner Mittelstand, sondern das hat schon ein zerniges Ausmaß. Entsprechend wachsen auch die Kunden und die Projekte und die Verantwortungen und da gilt es, organisatorisch und skillbasiert nachzuziehen und dann ist natürlich die Brand auch im Hintertreffen. Also die Marke ist noch nicht bekannt genug und da gilt es, viele Voraussetzungen zu schaffen und das dann eben zu machen. Das ist so die berufliche Seite. In meinem anderen Leben bin ich eben Coach und Vortragsredner und Berater und Buchautor. Interessiere mich vor allen Dingen für das ganze Thema der sogenannten digitalen Transformation. Das ist ja dieses schlimme Wort, was alle irgendwie umschiffen wollen. Alles, was mit Transformation zusammenhängt, mögen Menschen ja so semi-gern. Und ja, KI ist so ein Thema, das begleitet sich im Grunde seit über 20 Jahren jetzt. Ich glaube, so Ende der 1990er Jahre bin ich da mal auf so einen elektronischen Marktplatz gestoßen, wo so kleine Software-Bots miteinander gehandelt haben. Das fand ich unglaublich faszinierend. Habe mich mit dem Thema weiter beschäftigt. Und ja, das wuchs und wuchs immer mehr. Das Wissen wuchs immer mehr. Ich habe irgendwann Vorträge darüber gehalten und dann auch ein Buch geschrieben. Und ja, das ist ja jetzt auch gerade wirklich aufgrund der Entwicklung seit November letzten Jahres in aller Munde. Und ansonsten bin ich ein ganz normaler Mensch, der eben hier mit Family in Berlin lebt. Ich bin seit zwölf Jahren jetzt Berliner, sage ich mal. Eigentlich komme ich aus Schleswig-Holstein, so direkt aus der Gegend an der Ostseeküste. Also jetzt ist mein Elternhaus, wer das vielleicht kennt, also direkt am Strand eigentlich aufgewachsen. War dann lange Zeit im Rheinland, habe mich auch lange mit Stolz als Wahl-Rheinländer bezeichnet. Und ja, aber jetzt Berlin, das ist im Grunde so ein Sehnsuchtsort gewesen. Und als ich dann endlich hier war, habe ich mich gefragt, warum hat es so lange gedauert. Und ansonsten verbringe ich auch viel Zeit mit Lesenreisen. Und ja, es interessiert mich für, glaube ich, ein bisschen zu viele Dinge. Das merke ich immer daran, wo es voll ist und die Zeit zu knapp, aber auch nein. Wenn du sagst Sehnsuchtsort, was fasziniert dich an Berlin am meisten? Ach, ich habe, als dieser Wechsel zur Hauptstadt war, nachdem die in der Deutschen Grenze gefallen ist, ich habe zu der Zeit ja in Bonn gelebt. Und da war so, da gab es so eine Bewegung, dass doch Bonn auf jeden Fall Hauptstadt bleiben sollte. Bürgerbund Bonn und solche Sachen. Und irgendwie zu der Zeit war ich da so sozialisiert und fand das natürlich auch irgendwie alles Quatsch mit Berlin. Und dann habe ich aber im Rahmen meines Zivildienstes so einen Hilfstransport nach Berlin mitgemacht. Also ich bin mit einem Freund zusammen mit einem LKW nach Berlin gefahren. Und bin dann nachts tatsächlich, ohne es zu merken, es gab ja kein Navigationssystem und solche Sachen. 1990 war das, wenn ich eben über den Checkpoint Charlie gefahren und dann waren wir mit unserem LKW plötzlich unter den Linden und Bogen rechts ab Richtung Alexanderplatz. Und da stand dann eben noch der Palast der Republik und gegenüber der Friede Zernäum und der Fernsehturm und der Dom. Und ich habe mir das alles, ich habe das alles gesehen, das Eindrücke strömten auf mich ein. Und ich dachte so, irgendwie ist das eine seltsame Diskussion, die wir hier führen. Natürlich ist das hier offensichtlich die Hauptstadt. Und mich sehr fasziniert, was dann alles in Berlin passiert ist und was da möglich war in diesen 90er Jahren. Vor allen Dingen, ich war da relativ oft, aber eben immer als Besucher. Ja, und dann, ich habe immer gewusst, ich muss da hin. Aber wie gesagt, es gab immer irgendeinen Grund, warum es dann doch nicht klappte. Und 2011 war es dann trotzdem soweit. Ja, schön. Du hast gerade schon darauf hingewiesen, du hast ein Buch geschrieben, Die KI-Entscheidung, künstliche Intelligenz und was wir daraus machen. Ich habe auch den Titel für diese Podcast-Folge, Dein Buchtitel entliehen. Kannst du uns ein bisschen was erzählen, was in diesem Buch drin steht, so zusammenfassend? Ja, also jemand hat eine ganz freundliche Kritik dazu geschrieben auf Amazon und hat geschrieben, ein Kompendium der KI. Und es war ehrlicherweise nicht so gedacht, also ich habe das hier auch liegen, das ist ja so ein 600-Seiten-Buch geworden. Ich hatte 200 geplant und dann habe ich immer gemerkt, ja, aber wenn du das jetzt schreibst, dann lässt du das und das aus. Also das ist wirklich so wie dieser uralte Spruch, ich weiß nicht, ob es Schiller oder Goethe war. Ich habe einen langen Brief geschrieben, ich hatte eine Zeit für einen kürzeren. Und vielleicht, wenn man sehr genial ist, vielleicht müsste ich das immer durch so ein Large-Language-Model laufen lassen und sagen, fasse es auf 200 Seiten zusammen. Aber im Grunde ist es so ein echter Rundumschlag. Es geht eben darum, was ist KI überhaupt und auch was ist das eben nicht? Wie ist das entstanden? Also wo kommt der Begriff her? Und wie sind die Anfänge bis in die Gegenwart, eben bis zum heutigen Tag im Grunde? Was ist da alles passiert? Was sind Algorithmen? Was sind so die wesentlichen Algorithmen, die man kennen sollte? Was ist ganz toll daran? Was kann man damit machen? Was ist aber vielleicht auch fragwürdig oder problematisch? Das Thema der Ethik, ich spreche nicht so viel von Ethik, sondern ich spreche von KI und Verantwortung in dem Buch. Das ist dann auch ungeplant, aber das längste Kapitel geworden sind fast 200 Seiten nur zum Thema KI und Verantwortung. Und dann gehe ich eben auf unterschiedlichste Anwendungsszenarios ein. Also das Buch ist im Grunde voller Use Cases. Die meisten Dinge ist heute noch so, das Buch ist ja jetzt schon anderthalb Jahre alt, aber es ist heute noch so, wenn ich was in der Zeitung lese und es ist jetzt nicht gerade über ein neues Large Language Model wie ALF-Alpha, Luminos oder Chat-GPT oder so, dann ist es etwas, wo ich denke, ja, über den Case habe ich auch geschrieben. Also ich kann mal ganz oft so, deswegen habe ich auch so viele Merkler hier drin, ich kann mal ganz oft das irgendwo aufschlagen und sagen, ja, genau, da und da. Und was mich jetzt zum Beispiel aktuell gefreut hat, war, es gibt jetzt diesen aktuellen Aufsatz von Bill Gates, der eben einfach sagt, the age of AI has begun und er spricht dann ja dort von AI Assistants, die bald jeder haben wird. Das ist im Grunde ja eine der Kernthesen meines Buches. Damit laufe ich ja schon irgendwie seit sieben oder acht Jahren rum. Ich sehe das so, wenn ich irgendwo eingeladen bin, weil ich auch denke, spätestens jetzt mit den Fähigkeiten, die Large Language Models uns bieten, also ich sage jetzt immer LLMs, weil ich nicht immer Chat-GPT sagen will, aber mit diesen Fähigkeiten ist es natürlich vergleichsweise einfach geworden, einen persönlichen Assistenten zu bauen, der tatsächlich ganz viel automatisiert für uns individuell erledigt. Das ist ja eigentlich der neue App-Store. Also das, was wir vielleicht so von unserem Smartphone kennen, dass wir für was auch immer wir gerade Support brauchen, eine Fitness-App, Ernährungs-App oder was auch immer, dann laden wir die App. In Zukunft sind das Assistenten, die das für uns übernehmen. Vielleicht auch in einem völlig neuen kommunikativen Kontext, dass man sagt, okay, ich brauche auch in der Usability gar gar nicht mehr irgendwas navigieren. Ich spreche einfach mit dem Tool und das erledigt das dann für mich. Genau, das geht ja so weit, dass man eben sagt, möglicherweise ist einfach unsere normale gesprochene Sprache eben in einigen, in wenigen Jahren die universelle Programmiersprache. Also ich beschäftige mich dann vielleicht gar nicht mehr mit Python oder Zip und Ähnlichem, sondern ich sage dem System einfach, was passieren soll. Und das Systemwandel ist dann eben in Maschinensprache ohne, die ja auch von System zu System wieder unterschiedlich sein kann. Und du hast recht, es wird spezialisierte Agenten geben, aber es wird wahrscheinlich auch einen universalen Agenten für jeden oder jede geben. Und dieses System, also dieser, ich nenne es in meinem Buch, Virtual Private Assistant, der hat eben alle unsere wesentlichen Credentials, also der weiß alles über mich, der weiß, wann ich geboren bin, welche Blutgruppe ich habe, wo ich wohne. Der kennt die wesentlichen Bezahldaten zum Beispiel, die notwendig sind, damit der Aufträge ausführen kann. Wenn ich sage, book mir dort ein Ticket, reserviere mir eine Kinokarte, whatever. Dann braucht das System natürlich gewisse Berechtigungen. Damit einher geht natürlich auch ein großes Ausmaß an Sicherheitsbedürfnis. Also da wird sicherlich noch einiges zu tun sein, bevor es dann wirklich in der Endausbaustufe soweit ist. Aber der Weg dahin ist, glaube ich, sehr klar. Wie war das, nimm uns mal mit in deine emotionale Welt, so den Moment, als Chad GPT eigentlich den, wie man so schön in der Presse lesen kann, iPhone-Moment kreiert hat. Also ich meine, du hast das Buch davor geschrieben. Du hast dich schon sehr lange, 1990, glaube ich, beschäftigt mit dem Thema. Ich habe letztens eine Doku gesehen, die ganzen neuronalen Netze gibt es schon seit 70 Jahren. Nicht in der Ausprägung, nicht in der Rechenbarkeit. Also die Technologie, die Hardware ist jetzt erst verfügbar. Aber das Thema ist eigentlich schon steinalt, über das wir gerade so wahnsinnig innovativ nachdenken. Auf der anderen Seite sind wir dadurch, dass die Hardware jetzt zur Verfügung steht und diese Rechengeschwindigkeit, diese Rechenpower zur Verfügung steht, bringt uns jetzt in ein völlig neues Zeitalter, was alles komplett umkrempelt. Und wir merken quasi dieses Spannungsverhältnis. Auf der einen Seite eigentlich ein altes Thema, was total lebendig und prägend sein wird für alles, was wir in Zukunft kennen. Wie hast du das erlebt? Das ist eine super Frage, dieses, ja, das gibt es ja schon ganz lange und die Algorithmen sind ja uralt und das kennen wir schon seit 70 Jahren. Ich höre das auch manchmal, ich finde das kein gutes Argument. Das ist immer so, das hat so einen altklugen Charakter. Ja, ich wusste es ja irgendwie so schon immer. Tatsache ist eben, das sind alles Meilensteine in einem technologischen Wandel. Und dieser technologische Wandel, der ist deswegen so bedeutsam, weil sich durch diesen technologischen Wandel eben auch die Gesellschaft verändert. Die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, das individuelle Verhalten von Menschen verändert sich. Und dadurch verändern sich auch wirtschaftliche Zusammenhänge. Und daher kommt diese transformative Kraft, die aus diesem technologischen Wandel kommt. Und der wichtige Punkt an dieser Stelle ist, glaube ich, dann nicht zu sagen, ja, das gibt es schon seit 70 Jahren. Und ich beschädige mich schon seit 1990 damit, also es ist jetzt 98 zum Beispiel, aber es sind jetzt auch 25 Jahre. Aber ich würde jetzt zum Beispiel nicht sagen, ja, ich habe es irgendwie schon immer gewusst, sondern es ist eben einfach so, dass man manche Dinge, auch wenn man die Puzzlestücke dafür hat, nicht unbedingt rechtzeitig zu einem Bild zusammensetzen kann. Und da gibt es auch so einen schönen Spruch dazu, der heißt, technological change takes a lot of technological change. Genau, was hier passiert ist. Also künstliche Intelligenz ist im Grunde durchgebrochen, könnte man sagen, so um 2012 vielleicht. Das muss man nicht genau auf das Jahr festlegen. Aber es gab dann eben ein iPhone und da kamen viele Sachen zusammen. Es gab einfach leistungsfähige mobile Endgeräte, also Mikroprozessoren waren leistungsfähig. Wir hatten tolle User Interfaces, so Touch-Oberflächen auf Glas zum Beispiel. Wir hatten unglaubliche leistungsfähige Speichermedien, die Datenübertragungskapazitäten in den Netzen global, hat ein gewisses Level erreicht. Also sind viele Dinge zusammengekommen, leistungsfähige Software, leistungsfähige Algorithmen. Und dieses Zusammenspiel der verschiedenen Dinge, die aber für sich genommen eine enorme Entwicklung jeweils darstellten. Also die Bandbreite in Mobilfunknetzen, was für eine Infrastruktur aufgebaut werden muss, um das zu leisten. Das macht man nicht über Nacht. All das ist zusammengekommen und insofern, um endlich eine Frage zu beantworten, Und dieser iPhone-Moment, ich glaube 22. November letzten Jahres, bei 22.11.2022, als OpenAI ChatGPT veröffentlicht hat, der hat eben auch dort ganz viel zusammengebracht. Da war eben das richtige Know-how da, die Codebase sozusagen war da, die Secret Source, also was ist das Geheimnis? Warum ist das jetzt so ein Durchbruch geworden? Warum war die Adoption auch so schnell? Also innerhalb von zwei Tagen eine Million User, innerhalb von zwei Jahren noch 100 Millionen User. Das sind jetzt alles Rekordwerte, die immer zitiert werden. Denn es liegt wahrscheinlich nicht nur an der Technologie an sich, weil es gab davor schon solche Modelle. Eigentlich hat Google auch schon ein oder vielleicht sogar zwei Jahre vorher so etwas Ähnliches in der Schublade gehabt, aber eben nicht veröffentlicht. Ich glaube, das große Geheimnis hier und der Erfolg liegt begründet in dem User Interface. Diese Einfachheit des Chat-Eingabeschlitzes. Ich rede einfach mit dem System. Ich muss mir keine besondere Formatierung ausdenken. Ich muss nichts Spezielles überlegen, sondern ich rede einfach mit dem System so, wie ich mit meinem Kollegen oder meinem besten Freund oder meiner Partnerin rede oder whatever. Also das ist sehr, sehr einfach. Jetzt merkt man natürlich, auch da gibt es Tweaks. Also Prompt Engineering ist ein Riesenthema. Medien tun jetzt so, als würde man irgendwie 300.000 Dollar als Prompt Engineer überall verdienen. Also jetzt kommt natürlich eine Menge Hypes auf gewissen Fakten, aber muss man, glaube ich, alles so ein bisschen einordnen und dann auch abschichten, wie realistisch ist was. Und was ich auch erlebe, ist dadurch, dass das so wahnsinnig produktiv ist, erlebe ich andere Applikationen, die das nicht können, dann eher so als in die Jahre gekommen. Also wenn ich diese gewissen Abkürzungen nicht habe oder wenn ich dieses User Interface finde, das zu komplex ist, dann werte ich das so im inneren Dialog ab und will es gar nicht mehr so gern benutzen. Also ich glaube, jetzt sind viele Softwareunternehmen angehalten, da wirklich nachzuziehen und KI zu integrieren oder User Interfaces zu optimieren. Absolut. Ja. Ich weiß, wo ich eine Frage anschließen oder soll ich darauf was sagen? Wenn du was sagen willst, gerne. Ja, mir ist da spontan das eingefallen. Das haben ja viele Menschen jetzt auch Angst. Also Respekt ist ganz gut. Ein bisschen besorgt sein ist vielleicht auch nicht verkehrt. Und nicht unbedingt wegen der KI, sondern wegen vieler Rahmenbedingungen, die gerade in der Welt herrschen, zu denen KI dann eben noch dazukommt. Ich glaube, ein Grund, diese Angst, Besorgnis, Gedanken so ein kleines bisschen zu dämpfen, liegt eben genau in dem Faktor begründet, den du gerade beschrieben hast. Wir Menschen sind sehr schnell gelangweilt, wenn wir etwas verstanden haben und in den alltäglichen Gebrauch überführt haben. Da kommt etwas Neues. Wir fragen uns, welche Konsequenzen mögen daraus erwachsen, entwickeln auch sofort ganz viele katastrophierende Szenarios, die nicht unbedingt so katastrophierend eintreffen müssen. Das ist ja auch so ein entwicklungsbiologischer Trait wahrscheinlich, den wir so mit uns tragen, dass wir immer mit den Schlimmsten rechnen. Aber es ist eben einfach so, und das kann man auch merken immer, wenn man sich mit der Nutzung von Technologie auskennt oder beschäftigt, wenn etwas Neues kommt und es erfüllt in Sachen Bedienbarkeit und Nutzen eine bessere oder schnellere Funktion als etwas, was davor da war, dann diese User Experience, diese neue positive User Experience, die wird in der gleichen Sekunde, in der sie gemacht wird, sofort als Benchmark für alles andere abgespeichert. Und deswegen ist dieser Effekt so stark, den du jetzt beschreibst. Wenn man einmal dieses Sprachmodell erfolgreich angewendet hat und irgendeine Sache, für die man vorher Stunden braucht, plötzlich so innerhalb von zehn Sekunden erledigt hat, und das sind natürlich disruptive Differenzen in diesen Zeiträumen, die dafür geort werden, dann ist die Welt eine andere. Und sich nicht zurückdrehen. Diese Erfahrung, man kann es nicht, you cannot unlearn it. Das zeigt auch so ein bisschen die Fragilität auch in der Kundenbeziehung. Also beispielsweise habe ich gestern eine Software ersetzt, die ich schon echt lange im Einsatz hatte, habe dann eine andere Software gesehen, habe mich da in Minuten schnell reinarbeiten können und habe sofort den Vorteil erkannt, was die Software so viel besser macht. Und das Erste, was ich gemacht habe, ist, ich habe die Kundenbeziehung zu meinem alten Softwareanbieter gekillt oder gekappt und habe mich für die andere Software entschieden. Und habe gesagt, so, jetzt test ich das einfach mal in den nächsten vier Wochen. Das heißt, die anderen verdienen mit mir jetzt gerade kein Geld mehr. Und das hat mir dann selber nochmal bewusst gemacht und habe gesagt, oh krass, da war kein Mensch mehr dazwischen, der mich hätte noch überzeugen können mit irgendwelchen Argumenten. Da war auch keine Marke mehr dazwischen, weil es wurscht war, weil das Interface von den anderen viel cooler war. Aber allein die Produktivität, mich schneller, effizienter zu machen, hat mich sofort überzeugt und ich habe sofort gehandelt und bin gewechselt. Und das war natürlich, wenn ich mir überlege, wie schnell austauschbar Teile einer Infrastruktur sind, Teile von Prozessen sind, dann ist das schon crazy, welche Höchstgeschwindigkeit das stattfinden kann. Ja, der Marketier in mir würde jetzt sagen, genau, deswegen glaube ich beispielsweise überhaupt nicht an Markenloyalität. Ich glaube an die unbedingte Bedeutung von Marke, als Automatierung, als Reichweitenfaktor, als Maßstab für etwas. Aber ich glaube nicht an die Loyalität, ich glaube auch nicht an Beziehungen zu Marken tatsächlich. Also es gibt ja eine Menge Literatur auch darüber, über die Customer Journey und wie Leute eine Beziehung zur Marke aufbauen und so weiter. Aber am Ende, Beziehungen habe ich tatsächlich eher zu Menschen und nicht zu Marken, vielleicht manchmal auch zu Tieren, Haustiere oder vielleicht auch manchmal zu Dingen, wenn man eine Sache sozusagen liebgewonnen hat. Aber ich habe vor vielen Jahren mal in München einen Vortrag gehalten und da ging es um Kundenloyalität. Und es war auf Englisch, ich habe dann irgendwann zwischendurch gesagt, ja, Loyalty is a bitch. Und das war eigentlich das Einzige, was dann am Ende so in der Nachverlese des Vortrags immer zitiert wurde, natürlich, weil es irgendwie auch so eine Catchphrase war. Aber ich glaube tatsächlich, die Loyalität ist sehr, sehr gering, wenn etwas Besseres kommt. Also das ist auch normal, das ist fast überall so im Leben. Wenn es ganz viele überzeugende Aspekte gibt, die etwas anderes eben nahelegen, sollte man an dem nicht so guten verhaften. Das heißt ja auch, dass ich an dem faktischen Benchmarking scheitern werde. Und ich werde auf jeden Fall als Marke gewinnen, wenn es mir gelingt, die Kunden in eine Zugehörigkeit zu überführen. Also wenn ich zum Beispiel sage, okay, wir sind ein cooler Haufen, wir benutzen gerade das Tool Riverside. Das sind coole Jungs, wenn die ihre Newsletter raushauen oder wenn die irgendein neues Feature vorstellen, dann sind die einfach, das ist ein lockeres Startup, da fühle ich mich dazugehörig. Die würde ich so schnell nicht verlassen, weil ich zu denen einfach eine Beziehung habe. Und ich glaube, dass der Faktencheck, also wenn ich jetzt zwei Tools vergleiche mit ihren Funktionalitäten, bin ich halt viel schneller weg, weil ich halt keinen Bezug habe. Genau. Wobei auch diese Beziehung, das fand ich jetzt einen wichtigen Aspekt in deinem Statement. Und du hast eine Beziehung zu diesem Team aufgebaut. Und ich glaube, was ich vorher sage, und auch nochmal relativieren, denn das gilt, glaube ich, für Produkte und Services und für Ine im weitesten Sinne. Das lässt sich, glaube ich, nicht auf menschliche Beziehungen anwenden. Wir führen menschliche Beziehungen zum Glück, würde ich sagen, nicht nur aus dieser reinen maximierten Nutzenbetrachtung heraus. Wird zwar niemandem raten, dauerhaft in nicht funktionären Beziehungen zu verweilen, allerdings ist es schon so, dass man nicht von morgens bis abends auf der Suche nach Optimierung ist. Dann würde ich diese Energie, die würde ich dann lieber ins Selbst zurücklenken und überlegen, was kann ich dann an mir möglicherweise fällen. Ja, das ist eine gute Frage. Das stimmt. Lass uns mal über die Beziehung zur KI sprechen. Wir sind ja sehr ambivalent, wenn das Thema KI auf den Tisch kommt. Die einen sehen unglaublich viele Chancen und Möglichkeiten, die anderen sehen die Übernahme der Weltherrschaft. Und wir haben diese Extreme, die uns vielleicht auch Angst machen, wenn wir anschauen, diese Deepfake-Varianten an Bildern, an Videos, an Content, den wir konsumieren. Ist das alles noch echt an möglichen Manipulationen von Wahlen oder was auch immer? Ja. Wie würdest du das Thema einordnen unter dem Aspekt, dass die Leute, die KI wirklich entwickeln, ab einem bestimmten Punkt sagen, bis hierher habe ich verstanden, was die KI macht. Ab diesem Zeitpunkt weiß ich nicht mehr. Entzieht sich das meiner Kontrolle, was die KI jetzt tatsächlich für Rechenoperationen im Inneren macht? Ja, das ist so ein Narrativ, was sich in den letzten Jahren fast durchgesetzt hat, würde ich sagen. Wir haben ja jetzt auch ganz aktuell die Situation, dass wir ein AI-Act haben, der durchs EU-Parlament geht und das jetzt so quasi last minute, nochmal so eine Gruppe von einflussreichen Menschen aus unterschiedlichen Richtungen, Wirtschaftslenker greifen, wollen nochmal eingreifen und sagen, nee, hier muss aber noch was geändert werden. Und dann kommen natürlich wieder so sehr viele Argumente auf den Tisch, dass man im Hinblick auf die Zukunft hier sichtlich die Chancen verbauen darf und so weiter und so fort. Ich persönlich denke da, ich meine, die Interesselagen sind klar ablesbar, muss man ganz ehrlich sagen. Und wir entscheiden natürlich da so mehr oder weniger reflexartig fast immer im Sinne von, was ist denn hier wirtschaftlich am besten, weil natürlich unser System so funktioniert, dass ohne wirtschaftliche Kraft viele Dinge einfach gar nicht möglich sind. Auch viele sehr, sehr gute und wichtige Dinge sind nicht möglich, wenn sie nicht finanzierbar sind. Und um sie finanzierbar zu machen, braucht man eine gewisse wirtschaftliche Leistung. Trotzdem ist es so, dass wir auch eine ganze Menge an Fehlsteuerungen erleben. Und diese vielen Ängste, die es im Zusammenhang mit KI gibt, du hörst jetzt gerade auch wieder so dieses Thema Auslöschung der Welt oder so Übernahme der Weltherrschaft und solche Sachen. Das sind ja, ich meine, die Übernahme der Weltherrschaft, naja, okay, irgendwer will immer haben, die die Weltherrschaft übernehmen. Aber dass jetzt zum Beispiel so ein KI-System die Weltherrschaft übernimmt, das halte ich für relativ unwahrscheinlich, für sehr, sehr unwahrscheinlich. Es ist eher so, dass wir aufgrund der sehr, sehr vielen Fehlsteuerungen, die wir einfach generell gesellschaftlich und wirtschaftlich haben, außer um diesen Gründen, und es geht immer um Interessenpolitik, die sind natürlich in vielerlei Hinsicht so gelagert, dass die uns schon auf diverse Auslöschungsfahre geschickt haben. Also Klimakrise ist so eins der bedeutendsten wahrscheinlich, was auch mehr und mehr für alle sichtbar wird. Also man kann natürlich immer noch versuchen, das irgendwie abzuleuten und sagen, ja, ich vorher als ich Kind war, was auch schon mal heißt. Aber im Großen und Ganzen sprechen die Daten doch eine klare Sprache. Aber das ist nur ein Beispiel. Und wenn man jetzt KI als Faktor nimmt, dann ist das möglicherweise noch ein beschleunigendes Element. Aber an sich, also für Weltausfantasien oder Szenarios braucht man jetzt nicht unbedingt KI. Das klappt auch so ganz gut. KI kann das eben aber tatsächlich massiv beschleunigen. Und natürlich sind neue Gefahren hinzugekommen. Du hast gerade das Thema der Deepfacts angesprochen, Manipulation von Wahlen, von Wählermeinungen. Natürlich. Was nützt es, wenn ich zum Beispiel zu einer Wahl, wenn ich jetzt meine politische Meinung auf Twitter kundtun würde und dann habe ich aber irgendwo jemanden sitzen, der hat halt 100.000 Bots, ja, und die behaupten genau das Gegenteil. Dann ist halt meine eine Stimme eines echten Menschen gegen 100.000 Software-Bots. Logischerweise bin ich dann ausgelöscht. Meine Meinung ist dann ausgelöscht. Solche Sachen passieren ja nicht ohne Gegenwehr, sondern alles, was man tut, hat eine Konsequenz und jede Reaktion erzeugt eine Gegenreaktion. Und so sind wir eigentlich in einem permanenten Wettlauf, könnte man sagen. Wobei, es ist nicht unbedingt ein bewusster Wettlauf, aber es passiert eben einfach. Wenn ich merke, dass etwas gut funktioniert, dann mache ich das. Und jemand anders, der davon nicht profitiert, der lässt sich was dagegen einfallen. Und so iterieren wir uns eben immer weiter. Das ist Teil von einer Entwicklung. Und viele der technologischen Möglichkeiten, die wir heute haben, sind ja genau so entstanden. Ich glaube, wichtig ist, dass wir uns aber schon langsam mal ein bisschen mehr Gedanken darüber machen, wer wir eigentlich sind und was wir eigentlich dauerhaft hier machen wollen. Also wie möchten wir als Gesellschaft und als Individuen denn hier dauerhaft leben? Weil dann würde man vielleicht viele Entscheidungen etwas anders treffen als heute. Man würde vielleicht versuchen, doch etwas mehr einen größeren Konsensrahmen zu finden. Und KI oder die Beziehung zu KI, das ist nochmal deswegen so besonders, weil wir dazu tendieren, KI zu vermenschlichen. Also generell haben wir die Tendenz, alles Mögliche zu vermenschlichen. Das ist so in meinem Buch habe ich so ein Beispiel, dass man so Redewendungen, ja. Das Auto hat heute Morgen wieder gemuckt, der wollte einfach nicht anspringen. Oder schlechtes Wetter, wenn ich auf eine Bergwanderung gehe. Ja, der Berg wollte nicht. Das sind so diese typischen Anthropomorphisierungen, Animismen. Das haben wir halt bei KI extrem. Gerade jetzt haben wir so eine KI haben, die sich wie so ein Gesprächspartner verhält. Das liegt auf der Hand, dass wir natürlich dem Dingen menschliche Eigenschaften zuweisen, eine Persönlichkeit zuweisen. Und was dann immer herkommt, und da machen die meisten eben auch nicht Halt, weil das auch so intuitiv von selber passiert, mit der Persönlichkeit, die zugewiesen wird, kommt auch eine zugewiesene Intention. Und plötzlich habe ich ein Gegenüber, das eine Person ist mit einer Intention. Dann kann es auch gleich ein Bewusstsein haben. Und dann ist es plötzlich ein Wesen. Ich wollte das Buch ja ursprünglich Wesen oder Werkzeug nennen. Da hat mir ein guter Freund gesagt, das ist so ein unfassbar langweiliger Titel, mach das, mach es nicht. Aber tatsächlich ist das natürlich so ein bisschen das Spannungsfeld, in dem sich unsere Wahrnehmung von künstlicher Intelligenz häufig bewegt. Genau, und es gibt ja auch immer wieder Diskussionen darüber, welche Parallelitäten es gibt und wem jetzt Intelligenz zugesprochen werden darf, der Maschine oder dem Menschen. Das finde ich einen spannenden philosophischen Aspekt, weil er sehr viel mit Kontrolle zu tun hat. Also wenn ich mir mal anschaue, das Thema Digitalisierung war ja eigentlich für uns bisher so eine Art Review. Also wir haben immer geschaut, wie war das in der Vergangenheit, wie muss es heute digitalisiert werden? Also es war immer ein Blick in den Rückspiegel, wie können wir das von gestern effizienter heute machen? Und das Ergebnis war eine Übersicht unserer Suchanfragen. Also wir haben eine Frage gestellt und haben irgendwelche verschiedensten Antworten bekommen. Der Unterschied, den ich sehe bei KI ist, wir müssen jetzt in die Zukunft schauen, genau wie du gesagt hast, wir müssen uns auf ein Ziel committen. Also wo wollen wir hin? Wie wollen wir unser Leben gestalten? Wie wollen wir was für unsere Gesellschaft tun? Und dann sagen wir einem System, wie auch immer du zu diesem Ergebnis kommst, am Ende möchte ich ein Ergebnis haben. Ich habe keine Suchergebnisseiten mehr, sondern ich habe einen ganz klaren Text, ich habe eine Formulierung, ich habe einen Businessplan, ein White Paper. Also ich kriege ein Produkt am Ende raus. Und das ist ein zentraler Unterschied. Ja, es ist ein bisschen die Darreichungsform, über die wir jetzt sprechen. Ja, schön. Ich glaube, wenn man, das ist natürlich nicht unwichtig, haben wir gerade vorhin erwähnt, dass die Darreichungsform des Sprachmodells eben hier für den unglaublichen Adoptionserfolg gesorgt hat. Einfach ein Suchschlitz wie Google sozusagen, das ist ja auch Teil des Erfolges der Suchmaschine. Wir werden ja vorher Loge, dann hat man sich eben so durchgeklickt. Man hat selbst von Stichwort zu Stichwort gesprungen. Die Suchmaschine ist ja nichts anderes als eine Automatisierung. Und dann gibt es immer diese ganzen sematischen Spielchen mit, ja, ich will ja keine Suchmaschine, ich will ja eine Findemaschine, bla, bla, bla. Ja, jetzt haben wir eben ein Gegenüber, ein System, das uns Antworten gibt auf eine Art und Weise, die unserer normalen Kommunikation noch näher kommt. Deswegen, es ist uns tatsächlich einfach näher. Du hast aber vorhin gesagt, in der Digitalisierung, wir versuchen immer die Dinge, die da sind, so zu nehmen und dann so zu digitalisieren. Das ist aber auch, glaube ich, einer der wesentlichen Aspekte, warum Digitalisierung so oft eben nicht gut funktioniert oder zum Teil so lange dauert. Oder wenn wir über Startup nachdenken oder auch über digitale Giganten oder vielleicht sogar digitale Weltmächte aus den USA, so wie Google, Facebook, Apple und so weiter, oder Amazon, also ich höre dich auch vor allen Dingen, warum sind die so erfolgreich? Weil die einfach, die haben einfach etwas losgelassen. Die haben ein altes Paradigma losgelassen und sich einfach voll auf das Neue eingelassen, weil sie eben erkannt haben, dass sich Verhalten verändert und durch diese Verhaltensänderung plötzlich ganz andere Werte eine Rolle spielen. Und da wird es eben interessant, auch im menschlichen Zusammenleben oder im Miteinander. Wenn ich einfach nur einen Prozess nehme, da gibt es ja auch diesen Spruch hier, excuse me French, aber wenn du einen Scheißprozess digitalisierst, das ist halt einen digitalen Scheißprozess. Deswegen ist es nicht damit getan, das, was da ist, in ein neues Medium zu bringen, sondern das Wichtige ist, das neue Medium als solches zu verstehen, also wieder in den 60er Jahren, das wird schon ewig die Kenntnisse, Marshall McLuhan Medium is the Message, sondern verstehen, dass das Medium selber eine Botschaft in sich trägt und eine bestimmte Art von Umgang priorisiert. Und dann kann man natürlich tatsächlich auch wieder darüber streiten, ob das Werkzeug vielleicht doch ein Wesen ist oder hat zumindest. Also die Technologie hat mit Sicherheit ein Wesen. Aber dann wird es nicht. Aber ich glaube, dieser philosophische Exkurs ist vielleicht auch eine Möglichkeit für eine Gesundung unseres Mindsets zu sorgen. Weil genau das, was du sagst, diese Beatmung des Alten, da sind wir ja geübt. Also wie erhalte ich möglichst lange den Fokus auf Spaltmaße anstatt auf Konnektivität, auf E-Mobilität und so weiter. Also wie bewahre ich auch, anstatt mit diesen innovativen Technologien auch schöpferisch tätig zu sein und zu sagen, okay, was könnte sich denn in positiver Weise in den verschiedenen Branchen, du beleuchtest das ja auch in deinem Buch, abzeichnen. Hast du so ein paar konkrete Beispiele aus deinem Buch, die uns helfen, das ein bisschen plastischer zu kriegen, dass das, also was KI tatsächlich in den einzelnen Branchen in der Zukunft bewirken wird? Ja, gar nicht so. Also aus dem Buch wahrscheinlich schon. Ich mache es ja meistens selber so, weil ich weiß das ja auch nicht mehr unbedingt alles. Wir sind so viele Seiten insgesamt. Ich schlage es halt manchmal auf und dann fällt mir ein, ach ja stimmt, das habe ich irgendwie auch beschrieben. Ich glaube, das Beispiel mit den Spaltmaßen, was du gerade kurz angesprochen hast und davor hast du gesagt, eine Gesundung des Mindset. Bei mir geht da immer so ein kleiner Klingel im Kopf an, weil ich denke, Gesundung des Mindset ist eigentlich schon so eine Art Urteil. Wir sind ja so Urteilsmaschinen, Menschen, wir machen so irgendwie oder 100.000 Urteile jeden Tag, weiß ich nicht, nee, man sagt glaube ich so 50.000 bis 80.000 Gedanken pro Tag und in den meisten Gedanken steckt halt irgendeine Art von Urteil, Beurteilung, Verurteilung drin. Wir haben halt eine Meinung zu allem, nicht unbedingt ein Wissen, aber eine Meinung haben wir immer und die Möglichkeit jetzt mit so einem Large Language Model, tatsächlich das Wissen der Welt zur Rate zu ziehen, kann natürlich sehr, sehr hilfreich sein und kann vielleicht auch helfen, das, was wir mit Social Media, das ist ja auch irgendwie eine künstliche Intelligenz, die uns da begegnet in allen möglichen Formen, in diesen Feeds, die uns da entgegenschlagen, es kann vielleicht helfen, das, was da schiefgelaufen ist, so im großen Stil, das vielleicht auch wieder zu verbessern, aber jetzt fragst du, wie kann uns künstliche Intelligenz helfen? Ich meine, es sind einfach Dinge, die so auf der Hand liegen, die Maschinen besser können als Menschen, zum Beispiel in Massendatenverarbeitung. Wir können einfach nicht so viel gleichzeitig prozessieren. Also das Gehirn ist unglaublich leistungsfähig und das bei spektakulär niedrigem Energieverbrauch. Ich schreibe auch relativ viel über das Gehirn und wie es eben so funktioniert und warum man es nicht mit dem Computer vergleichen kann. Und das ist aber, glaube ich, so einer der ersten Punkte, wo wir schon falsch abgebogen sind. Ich sehe es auch jetzt immer noch in den Medien, ja, dass er halt immer so von einem Gehirn gesprochen wird und er hat so komisch, so blau beleuchtete Gehirne gezeigt. Das ist totaler Quatsch wirklich, ja, urteilt die Menschen, die Hand schütteln und so ein Kram. Also das sind alles so, das sind alles so Ikonografien, die überhaupt nicht weiterhelfen. Tatsache ist, wir haben eine Technologie gefunden, die Technologie, die kann ganz faszinierende Dinge und zwar, weil wir die so gebaut haben, ja, wir haben die so erfunden, damit die das kann. Ich sage jetzt mal, hier so als Vertretung zur Menschheit ist das ein bisschen absurd immer, aber im Großen und Ganzen, wir erfinden Dinge, weil wir ein Problem erkennen und dann eben überlegen, hey, das Problem könnte man doch irgendwie auf eine andere Art und Weise lösen, weil wir als Menschen in der Lage sind, Werkzeuge zu benutzen und dann können wir mit dem Stock irgendwas machen, aber wir können eben auch mit dem Computer was machen und demnächst brauchen wir auch keine Tastatur oder Maus mehr für den Computer. Ich weiß nicht, erinnere ich dich noch irgendwie, war glaube ich 80er Jahre, so Apple Macintosh und eine Maus, wie unglaublich das war, 3M hat glaube ich die Maus erfunden und dann, oder Xerox, weiß ich mehr genau und Apple hat sie dann so als Massenprodukt und heute gibt es natürlich keine Rechner mehr ohne Mäuse und aber die Maus wird auch irgendwann veraltet sein, also das User Interface ist dann einfach jetzt schon ziemlich lange eine Glasfläche auf einem Tablet oder auf einem Smartphone und das Nächste ist eben einfach sprechen und das Nächste danach ist dann wahrscheinlich einfach denken und auch das geht ja schon, also es ist ein bisschen aufwendig, Leute immer in so ein MRT reinlegen und gucken, aber hey, so fängt es halt an, das ist so wie Laterna Magica irgendwie vor 500 Jahren und heute hast du halt so eine 12 Megapixel Kamera in jedem Smartphone in der Hosentasche, Also technologischer Wandel ist faszinierend, verändert unser Denken, unsere Welt und was wird das in der Wirtschaft oder in allen möglichen Industrien verändern? Die Tatsache, dass wir plötzlich eine für menschliche Verhältnisse unendliche Menge von Daten mehr oder weniger auf Knopfdruck, also so wie man Licht an- und ausschaltet, auslesen, interpretieren, also analysieren, interpretieren und daraus dann eben eine Entscheidung, die KI-Entscheidung, ableiten kann, das ist einfach disruptiv, wirklich disruptiv und die andere KI-Entscheidung ist eben, was wir daraus machen, also nutzen wir das eben einfach als Werkzeug, um alle möglichen coolen Geschichten damit zu veranstalten oder nutzen wir das, um daraus so eine Entität zu machen, der will vielleicht sogar noch Rechte geben, es gibt es ja auch diese Beschreibungen, Roboterrechte und so ein Kram, in meinen Augen auch absolute Fehlentwicklung und katastrophale Entscheidungen, also es sind Maschinen, da kamen keine Rechte, aber hey, wir Gesellschaft haben natürlich die Power, das trotzdem zu tun. Und wir leben in einer Zeit, in der wir das jetzt mitgestalten, mitbestimmen können, also ich würde gleich nochmal über das Thema Regulierung mit dir reden wollen. Ich nehme, das ist interessant, dass du das jetzt gesagt hast mit der Maus und der Tastatur, das ist ja im Grunde so, wie wir früher mit Hammer und Meißel in irgendwelchen Steinplatten gearbeitet haben, so ist es ja eigentlich in Zeiten der Digitalisierung sind das eigentlich so die alten Werkzeuge und es geht alles hin zu auditiven Kommunikation oder zu intuitiven Kommunikation in Hören und Sprechen, also so, wie wir uns immer schon verständigt haben. Nur mit dem Unterschied, dass durch KI es jetzt möglich sein wird, mit diesen ganzen Gerätschaften in einem Raum zu kommunizieren und ich intelligente Antworten bekomme. Wenn ich mir überlege, was mein Autonavi heute kann, dann ist das halt eine gewisse Betroffenheit, die sich in mir breitmacht, weil das einfach einfach schlecht ist, dass ich gewisse Befehle sagen muss, navigiere zu und dann geht das los, dass das in Zukunft viel flüssiger sein wird. Es gibt diesen Film, den promote ich ja immer wieder in dem Podcast, Hör, kennst du den? Na ja, Megacooler Film, kann man sich, schon ewig alt, aber sowas von zeitgemäß. Nehmen wir zum Thema Regulierung. Wie siehst du das Thema Regulierung aus deiner Perspektive, sodass wir uns auf der einen Seite in einem kontrollierbaren Rahmen bewegen, aber auf der anderen Seite uns nicht blockieren? Ich halte das Thema Regulierung für extrem wichtig. Ich bin ein Befürworter der KI-Regulierung. Die Regulierungsinitiativen, die ich bis jetzt gesehen habe, hindern nicht besonders daran, in allen möglichen Richtungen weiter zu forschen, Innovationen herauszudringen. Sie hindern sehr wohl daran, wenn man jetzt von KI spricht, sie hindern sehr wohl daran, solche Innovationen kommerziell grenzenlos auszubeuten. Und das macht es natürlich durchaus unattraktiver, wenn ich jetzt was Tolles entdecke und ich kann das grenzenlos ausbeuten. Kommerziell ist das natürlich total super für mich. Aber gleichzeitig, ich habe das vorhin angesprochen, wir sind auf diversen Auslöschungsfahrten unterwegs, brauchen eigentlich keine KI, um das Ende der Menschheit herbeizuführen. Wir sind einfach gut und straight unterwegs. Und zwar aufgrund der massiven und vielfältigen Fehlerallokationen, die wir in allen möglichen industriellen, wissenschaftlichen, politischen und sonstigen Bereichen haben. Und deswegen ist es vielleicht gar nicht so schlecht, dass man an bestimmten Punkten einfach mal sagt, nee, das machen wir jetzt nicht. Und das hat man ja andererseits schon entschieden. Bei Gentechnik hat man sich entschieden, bestimmte Dinge mit menschlichem Erbgut eben nicht zu machen. Oder wir haben eben bei der Atomenergie solche Dinge. Und das ist natürlich auch so ein bisschen ein Unterschied, wo man sagen muss, da ist KI natürlich schon ein anderes Risikengebiet, weil das war ja auch dann schnell sichtbar. Man kann das Modell eben austricksen, weil so viel Wissen drin ist, kann man eben auch viel Wissen rausholen. Und wenn man das Modell jetzt nicht einschränkt, dann kann man eben auch rausholen, wie entwickle ich denn ein gefährliches Virus? Oder wie mische ich denn ein Gift zusammen für sagen wir mal 50 Euro? Oder, oder, oder. Also wenn man den Bau einer Atombombe, das schafft man nicht zu Hause im Keller, weil das ist ein derartiger Aufwand. Das kann man aus dem Weltall sehen, wenn jemand eine Atombombe baut. Aber wenn jemand in seinem Keller ein Gift zusammen mischt mit Hilfe eines großen Sparbondells, ich meine nicht, dass man nicht auch so sich Wissen beschaffen könnte, um das zu machen, aber es wird eben so einfach und für alle auf Knopfdruck verfügbar. Und da muss man schon ein bisschen aufpassen und überlegen, was man da betreibt. Aber das sind gar nicht, das sind jetzt wieder so katastrophierende Szenarios. Im Grunde geht es ja bei der Regulierung so ein bisschen mehr darum, dass man so Kritikalitätsniveaus abschichtet und dass man eben sagt, Systeme, die die und die Art von Kritikalität haben, die eben sehr, sehr sind, die gesellschaftliche Auswirkungen haben, die stellt man eben unter bestimmte Regulierung. Und wenn man das beispielsweise jetzt in Europa macht, dann hat das natürlich Auswirkungen, weil man bestimmte Dinge, die gehen vielleicht nicht, das haben wir auch beim Datenschutz schon gesehen, bestimmte Dinge gehen dann eben nicht mehr. Das heißt, wenn man mit Daten sehr viel Geld verdienen will, dann macht man das eben in Asien oder in den USA oder aber nicht mehr in Europa in dem Maße. Diejenigen, die aber in Asien und in den USA erfolgreich sind, möchten ganz gerne auch diesen gigantischen Markt sehr wohlhabender Menschen in Europa für sich nutzen und halten sich dann eben in Europa an diese Gesetze. Und warum soll man das nicht auch mit KI in ähnlicher Weise machen? Die Forschung Innovationen sind, soweit ich das bis jetzt sehen kann, nicht davon betroffen. Aber okay, ich bin auch nicht naiv. Natürlich hat das was miteinander zu tun und wahrscheinlich muss man da noch viel diskutieren und ausbalancieren. Aber im Großen und Ganzen würde ich mich sehr freuen, wenn man einfach ein bisschen mehr darauf guckt, wie viele Fehlsteuerungen wir in der Vergangenheit erlebt haben bei allen Entscheidungen, die wir zugunsten wirtschaftlicher Zusammenhänge getroffen haben, wo am Ende die Risiken oder die Kosten, die dadurch entstanden sind, einfach auf die Allgemeinheit umgewälzt wurden oder auf die Natur, solange noch gehen. Ja, 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 absolut. Also ich sehe das genauso wie du. Ich sehe auch, dass wir eine Regulierung brauchen, einfach weil so viel möglich ist damit und weil es vor allen Dingen immer leichter wird, sich selbst mit einem KI-Modell irgendwas zu bauen oder das zu integrieren oder was auch immer. Ich glaube auch, dass in den nächsten Jahren das Thema Cyber Security ein Riesenthema sein wird und das dann vielleicht auch so KI-Security-Systeme geben muss und geben wird, die uns helfen, diese Sicherheit zu erhalten, herzustellen. Ich finde das Thema sehr unterrepräsentiert in den letzten Jahren, aber kann auch eine Wahrnehmung sein. Also ich sehe das genau so, dass wir da was machen müssen. Ich hoffe nur, dass wir es nicht zu sehr einschränken, dass wir eben auch Unternehmen, die gerade in diesem Bereich, also KI-Unternehmen arbeiten, dass wir die nicht verlieren, weil die einfach sagen, wenn ich mich dieser Regulierung unterwerfe, kann ich im globalen Wettbewerb nicht mehr bestehen. Also da bin ich mal gespannt, wie dann letztendlich das Paper aussehen wird und inwieweit die ihre Chancen sehen. Oder man sagt eben, wenn ich mich dieser Regulierung stelle oder unterwerfe, wozu ich dann ja keine Wahl habe, in dem wir Wirtschafts- oder Regulierungsraum es aber trotzdem schaffe, damit kommerziell erfolgreich zu sein, dann bin ich wahrscheinlich im restlichen, unregulierten Raum auch unschlagbar. Ich glaube, je weil ich angucke, das kommt auf das Business an und in dem konkreten Fall wahrscheinlich. Lieber Sven, ich habe noch so eine kleine Q&A-Session vor, in der wir dich noch ein bisschen näher kennenlernen. Also ich finde es erstmal super spannend und vielen Dank vor allen Dingen für die Mühe, dieses Buch zu schreiben. Ich meine, das ist schon ein ordentlicher Weltseite. Ich glaube, der Rezensient bei Amazon hat durchaus recht, auch wenn es schon ein ganzes Absicht war. Die KI-Entscheidung finde ich übrigens auch einen tollen Titel, weil es so viel mehr Perspektiven auf das Thema lenkt. Also die Entscheidung, die ich so für mich machen kann, die große philosophische Frage, inwieweit KI selbst Entscheidungen trifft. Ich glaube, da reicht so eine Podcast-Folge gar nicht, um das mal wirklich alles aufzuklappen, was du auf 600 Seiten geschrieben hast. Deswegen entführe ich dich jetzt in so eine kleine Q&A-Session. Ich habe so ein paar Fragen vorbereitet und du versuchst, auf menschliche Weise in einem Wort oder einem Satz zu antworten. Okay, wow. Das wird mir ja schwer fallen, aber ich probiere es. Was ist deine ganz persönliche Mission in einem Satz? Andere Menschen glücklich machen. Gutes Leben. Andere Menschen glücklich machen. Ja, sehr gut. Was würde uns an dir überraschen? Gibt es irgendeine Eigenart, irgendeinen Spleen, den du gern mit uns teilen möchtest? Wie unüberraschend. Ich in Wirklichkeit bin ich in einem sehr normaler Typ, glaube ich. Würden das deine Freunde auch sagen? Oder hätten die eine Idee? Ja, ich glaube, die sind schon so ein bisschen, also manche sind schon fasziniert davon, wie viel Wissen ich mir auf allen möglichen Ebenen aneigne, aber das gilt nicht für alle. Ich bleibe dabei. Ich bin ziemlich normal. Was war der wichtigste Moment in deiner beruflichen Laufbahn? Jetzt hast du ja einen sehr beeindruckenden Lebenslauf, unter anderem auch CMO bei T-Systems gewesen. Aber gab es so ein Momentum, wo du sagst, hey, das war jetzt echt so ein wichtiger Game Changer für mich? Ja, den gab es, weil ich habe ja ein geisteswissenschaftliches Magisterstudium abgeflassen. Ich bin ja von Hause aus Sprach- und Literaturwissenschaftler, Amerikanistik und habe Kunstgeschichte studiert und politische Wissenschaften und wollte aber immer Marketing machen und habe dann realisiert, dass ich mit dem Studium überhaupt keine Chance im Marketing habe, habe mich daraufhin mit einer Agentur selbstständig gemacht und habe dann letztendlich trotzdem diesen Weg genommen, den man ja heute gar nicht sieht. Und deswegen, das war eine wichtige Entscheidung, zu erkennen, dass wenn man es selber macht, es eben trotzdem funktioniert und damit einhergeht auch das Wissen, dass formale Qualifikation, die durch irgendeine Art von Zertifikat bescheinigt wird, bestimmt gut und wichtig ist und auch einen Stellenwert hat, wirklich nicht alles ist. Das hat mir sehr, sehr geholfen und sehr oft im Leben. Also auch in der Einschätzung anderer übrigens. Ja, genau, genau, genau. Ja, das Einordnen, ja. Ja, welche Hoffnung hast du aufgegeben? Ich bin dann ganz oft gefragt worden zu unterschiedlichsten Anlässen, was wünschst du dir? Und ich habe dann ganz oft so unisono immer gesagt, Weltfrieden. Und die Hoffnung habe ich tatsächlich aufgegeben. Welchen Fehler entschuldigst du am meisten? Ich entschuldige fast alle Fehler, wenn sie nicht andauernd passieren. Die sind einfach nicht perfekt. Was ist dein wichtigstes Produktivitätstool? Gibt es was, wo du sagst, hey, damit organisiere ich mich, ob das jetzt ein technisches Tool ist, ein Ablauf, ein Ritual oder sonst was? Wie gesagt, ich bin ein wirklich sehr normaler Typ und ich glaube, wie fast alle Menschen, mein wichtigstes Produktivitätstool ist das Smartphone. Ich bin damit ein bisschen ungesund schon wahrscheinlich verwachsen und ich mache unglaublich viel damit. Ich bin damit auch überall gleichzeitig, was auch nicht so gut ist. Manchmal macht mir das Sorgen, weil eine Konzentrationsspanne ist schon ein wichtiger, ein wichtiges Asset auch. Ja. Kannst du uns ein Buch empfehlen? Also deins packen wir natürlich in die Shownotes, aber können wir noch eines dazustellen, was für dich einen großen Impact hatte oder was dich nachhaltig, muss jetzt auch kein Fachbuch sein, könnte jetzt auch was aus deiner Kindheit, Jugend sein, aber was dich so vielleicht auch anders über die Welt hat nachdenken lassen? Ja, das ist so ein bisschen esoterisch-spirituell vielleicht, aber ich bin wirklich sehr beeindruckt, was Eckhart Tolle in Eine neue Erde so geschrieben hat. Das ist, da geht es sehr viel um, wie Menschen so selber für sich funktionieren und miteinander umgehen. Und das ist so ein Buch, so abseits von all dem ganzen technologischen Wissenkram, den ich sonst so lese und mache und mit dem ich mich beschäftige. Und das ist für mich ein wirklich sehr, sehr wertvoller Gegenpol auch ganz oft. Ich glaube auch, dass das mehr und mehr an Bedeutung insofern gewinnen wird, als dass die Technik ja sich selbst organisiert und sich selbst kontrolliert. Und dass wir, vielleicht ist das auch so dieses, dieses mehr Mensch sein dürfen, mehr Zwischenmenschlichkeit ermöglichen, ja, das, ja, wer weiß, also ... Ja, die hat ein Wesen, wie eben schon gesagt. Und wir sind immer auf Optimierung aus. Und bei vielen Dingen haben wir das als Menschen auch akzeptiert, dass wir einfach nicht mehr besser Schach spielen als ein Computer, dass wir nicht mehr schneller laufen als ein Autor, dass wir nicht schwerer heben als ein Bagger und so weiter. Und vielleicht gehen wir jetzt auch langsam, ja, wir werden auch auf Dauer nicht unbedingt schlauer sein als ein System, das wir programmiert haben, um schlau zu sein. Ja, schön. Welche drei Interviewgäste kannst du uns aus deinem Netzwerk empfehlen? Wen müssen wir unbedingt einladen? Von wem können wir was lernen? Oh Gott, es gibt so viele Leute, von denen man was lernen kann. Oh, ich muss jetzt echt überlegen. Das ist ein bisschen auf die Gefahr hin, jetzt einfach jemanden zu vergessen. Aber wenn ich so Menschen aus meinem persönlichen Umfeld nehme, die mir auch nahestehen von Dingen, ich glaube, dass man viel lernen kann, dann würde ich sagen, es gibt Miguel Peromingo, der sich mit dem internationalen Arbeitsmarkt beschäftigt und wie Menschen dort eben in Arbeit kommen, wie Gesellschaften auch dieses Verhältnis zu Arbeit besser regeln können. Sehr internationale Perspektive auf das ganze Thema. Dann würde ich Dr. Joachim Haas empfehlen, der sich sehr stark für das Thema der Bürgerpolitik engagiert, wie man eine komplexe Zusammenhänge, die wir in unserem Gesellschaftssystem kaum noch durch das etablierte Parteiensystem gelöst kriegen, aber durch ein durch Besuchsverfahren ermittelte Bürgerratsbildung auf lokaler und regionaler Ebene zu ganz tollen, auch sehr ausreichenden guten Ergebnissen für die Gemeinschaft kommt. Sowas finde ich sehr, sehr faszinierend. Und ja, die dritte Person, ich würde ganz gerne auch eine Frau nennen, das wäre dann vielleicht, nicht vielleicht, Das wäre Claudia Hesse, die als Psychologin in Köln und in Hamburg arbeitet und die ganz wunderbar darin geben kann, wie Menschen in unterschiedlichen Situationen mit Problemen, Krisen und so weiter umgehen und wie man es besser verstehen kann und gerade auch vor dem Hintergrund von sowas wie Schematherapie natürlich für sich auch eine Verbesserung vielleicht erzielen kann. Das wären so die drei, aber da habe ich jetzt nicht genug nachgedacht, glaube ich. Aber doch, zu denen stehe ich. Ja, das ist oftmals die beste Entscheidung. Vielen Dank. Ich danke dir sehr für deine Zeit, für die wertvollen Insights, für dein Buch, was ich mir jetzt in Urlaub mitnehme, lieber Sven. Und ich würde dir das Abschlusswort überlassen mit der Frage, wenn du eine Sache auf dieser Welt verändern könntest, was wäre das? Also entweder würde ich Social Media abschaffen oder ich würde den Menschen das Urteilen abgewöhnen, also dass wir einfach Dinge nehmen, wie sie sind, ohne zu urteilen. Aber ich möchte bedanken, Norman, dass du mir diese ganze Zeit gewidmet hast, diese Aufmerksamkeit für meinen Buch und meine Gedanken. Vielen Dank. Sehr gerne. Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank, Sven. Und ich freue mich schon auf ein Update, wo wir dann vielleicht noch den einen oder anderen Deep Dev machen können. Okay, danke schön. Bis dann. Danke. Ciao. Tschüss. Tschüss.